heute werfen wir ein bisschen wenn ihr das slalomdribbeln video noch nicht gesehen habt dann guckt ihr euch das am besten vorher an wir bauen nämlich heute ein bisschen darauf auf und werfen dazu wir haben uns wieder drei hütchen hingestellt vor einen korb genau so wie der leo ihr nehmt euch dazu flaschen steine stöcke was ihr auch habt ihr könnt natürlich auch hütchen nehmen wenn ihr welche habt ihr stellt euch ans erste hütchen dran und dann dribbelt ihr das slalom sowie in unserem slalom drüben video durch und werft dann am ende ihr seht schon ihr kommt immer auf einer seite raus der leo hat rechts gestartet das heißt jetzt startet der leo links so dass er auf der anderen seite raus wir machen davon zehn würfe insgesamt ihr könnt eure treffer zählen und dann wisst ihr fürs nächste mal wenn ihr die übung noch mal versucht ob euch da verbessert und da könnt ihr insgesamt ganz oft üben ihr könnt wie bei allen wurfübungen wenn ihr wollt natürlich auch das brett mit benutzen dann wird das ein bisschen einfacher genau vielleicht benutzt der leo auch mal das brett mit genau seht ihr ist dann deutlich einfacher wenn ihr wollt könnt ihr eure hütchen natürlich auch weiter nach hinten stellen dass wir von weiter weg gewirft oder ihr könnt die hütchen näher dran stellen dass wir von näher werft immer so wie ihr wollt ihr könnt dann auch bei den slalom dribbling ein bisschen kreativ werden durch die beine zu dribbeln wenn das für euch ein bisschen schwieriger ist ist das gar kein problem da müsst ihr einfach immer weiter üben ihr könnt natürlich auch das slalom dribbling weiter probieren und dadurch erstmal da versuchen ihr seht der boden ist auch ein bisschen rutschig da müsst ihr immer vorsichtig sein der leo ist jetzt auch fertig und viel spaß bei dieser übung